Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 9.2.2023 und die Meldung hat mich natürlich auch geschockt, während Deutschland weiter die Welt einlädt. Nicht diese Meldung, aber das jetzt erster EU-Regierungschef fordert Mauer um Europa entsetzlich, entsetzlich nicht zu tolerieren, nicht zu akzeptieren, nicht nachzuvollziehen. Aber nicht nur darum geht es im Hauptfilmchen, sondern auch um ein paar andere Sachen. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rampel. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!